Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH Ioneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Auch der Studiengang Logopädie leistet im Healthy Hearing Program einen wesentlichen Beitrag zum Herzschlag der Spiele. Um genaueres zu erfahren, schalten wir zu unserer Außenreporterin Laura Reibenschuh ins Department für Gesundheitsstudien. Heute habe ich Frau Schwingshackl und Frau Hilbrandt bei mir. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Also ich persönlich verbinde ja mit Logopädie Sprechen und Sprache. Was genau werden Sie zu den Special Olympics 2017 beitragen? Die Kommunikation ist ein sehr großer Bereich in der Logopädie. Wir führen aber auch in der Logopädie Holprüfungen durch, um von den Menschen das Hörvermögen zu beurteilen. Und genau das werden wir auch bei den Special Olympics an den Athleten machen. Wie genau werden diese Untersuchungen ablaufen? Also die Untersuchungen finden im Zuge des Healthy Athletes Programmes statt. Das Healthy Athletes Programm ist ein großes Gesundheitsprogramm, das während der Special Olympics stattfindet. Es besteht aus sechs Unterprogrammen und eines davon ist das Healthy Hearing Programm. Hier überprüfen wir das Hörvermögen der Athleten. Das heißt, wir betrachten einerseits das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr jeweils auf ihre Funktion und beraten dann die Athleten individuell und versorgen sie auch, wenn der Bedarf da ist, mit Hilfsmitteln. Inwieweit beeinflusst ein schlechtes Hörvermögen den Athleten? Also ein schlechtes Hören wird ja meistens nicht erkannt. Es ist ja nicht sichtbar. Und wenn man jetzt weiß, dass der Athlet schlecht hört, so kann man einfach anders mit ihm umgehen. Also es gibt dann verschiedene Verhaltensweisen, wie ich darauf achten kann, dass der Athlet das wirklich auch verstanden hat. Und zudem gibt es ja auch einen emotionalen Einfluss auf das Ganze. Der Athlet hört zum Beispiel dann nicht den Applaus von den Zuschauern und somit merkt er auch nicht so sehr, dass er seine guten Leistungen kann sich auch nicht so darüber freuen. Frau Hilbrand, Sie haben auch schon bei den Pre-Games mitgewirkt. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also während den Pre-Games hat sich herausgestellt, dass die Kommunikation mit den Athleten teilweise schwierig war, weil sie halt doch von allen Ländern der Welt kommen und die meisten auch nicht englisch können. Aber es hat sich ganz gut gelöst, dass die eigentlich gute Betreuer mithaben, mit denen wir dann kommunizieren haben können. Und wie viel Zeit haben Sie dafür aufgewendet ungefähr? Also ich persönlich jetzt noch nicht so viel, weil dort waren wir nur halt eben zwei, also einen Tag waren die Pre-Games und vorher war eine Einschulung und das war eigentlich alles super organisiert. Darum haben wir da jetzt nicht so viel Aufwand gehabt. Wie haben die Untersuchungsergebnisse bei den Pre-Games ausgeschaut? Wir haben bei den Pre-Games 66 Athleten gescreent und hierbei zeigte sich, dass nur 34 Athleten ein normales Hörvermögen hatten. Und die anderen alle zeigten Auffälligkeiten, sei es im Außenohr, Mittelohrprobleme oder auch Innenohrprobleme, was bedeuten könnte, dass sie auch Hörgeräte bräuchten. Was wurde in diesem Fall dann gemacht? Sie wurden an das Fachpersonal weiterverwiesen, beziehungsweise wurden Sie und Ihre Bezugspersonen, welche Sie begleitet haben, genauer aufgeklärt. Was motiviert Sie persönlich zu mitmachen? Ja, ich denke, es ist einfach eine gute Erfahrung, wenn man mal weiter über Österreich rausschauen kann, wie es dazu läuft und einfach auch mal sieht. Weil ich meine, in Österreich ist die Versorgung eigentlich ganz gut, gerade was HNO-Ärzte und so betrifft. Aber da sieht man halt doch einmal auch, dass es anders laufen kann. Und es ist einfach auch persönlich eine gute Erfahrung, dass man mal mit verschiedenen Syndromen in Verbindung kommt und einfach auch für die Logopädische, also für die Entwicklung, für mich als Logopädin wichtig, zu sehen, wie es halt anderen Menschen da so geht. Und wieder ein Beitrag mehr zum Herzschlag. Hiermit zurück ins Studio. Der März 2017 rückt immer näher und den von dir angesprochenen Herzschlag kann man hier in Graz schon förmlich hören. Vielen Dank, Laura, und vielen Dank an Sie fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der sich alles um den Studiengang Radiologie-Technologie dreht. Bis dann, auf Wiedersehen.